Ein Bär und ein Baum. Ein nackter Mann mit einem Bart. Ein grüner Soldat und ein Junge. Er ist der Auserwählte. Du hast den Jungen dabei? Bist du verrückt? Ich hab die Schnauze voll von den Unterhaltszahlungen, von den Richtern, von deiner Mutter, diese Hexe! Hast den Weg! Hast den Weg, Signora! Chiyokushanka! Silvia, na, wie geht's? Ja, nein, mit ein paar Kindern im Park gespielt. Gib Gott! Ach, du verdammte Scheiße! Fass sie nicht an, du hast mich erschreckt! Die Hexerei, das Konzept entstand hier. Oh, das darf nicht wahr sein. Was macht sie mit dem Bees? Ich glaube, sie fährt ihnen nach, um ihren Sohn wieder zurückzuholen. Sie ist eine besorgte Mutter. Ja, so sieht es aus. Aber Frauen denken nun mal anders. Ja, so ist es. Und wer sind wir? Elsa! Ein Mädchen deines Alters sollte aufhören, seine Zeit mit seinem Unsinn zu verpleppern. Vögle herum wie eine läufige Hunde. Lüg, was du kannst und betrüge die Menschen. Jetzt ist endlich die Zeit der Rache. Wohin wollt ihr? Verhindern, dass deine Mutter die westliche Zivilisation vernichtet. Wie findest du das? Gerechtigkeit üben! Gerechtigkeit! Was redest du da? Bist du total irre? Ich hab mich mitreißen lassen. Gerechtigkeit! Wohin wollt ihr? Ich hab mich mitreißen lassen. Gerechtigkeit! Und wer ist das? Gerechtigkeit!